Was für ein Wochenstart. Der DAX ordentlich nach unten unterwegs. Sicherlich nicht etwas, was sich die meisten wünschen. Wobei ich mal das Positive daraus lesen will. So schlecht finde ich es gar nicht. Das haben wir heute schon gesehen. Der DAX hier eröffnet ungefähr, ein bisschen niedriger hier auf diesem Niveau, ist anschließend nach unten gegangen und zwar deutlich und hat die 15.000er Marke nach unten durchstoßen. Jetzt habe ich gesagt, so schlecht ist es vielleicht gar nicht. Ich weiß, wer jetzt Aktien hält. Der findet das natürlich überhaupt nicht sexy. Völlig nachvollziehbar. Aber auf der anderen Seite löst sich damit vielleicht dieser gordische Knoten endlich mal auf, dass man nicht so richtig weiterkommt und nicht so richtig in die Puschen kommt hier. Wir hatten schon ganz häufig darüber gesprochen, dass die längere Bewegung da ja wirklich an Dynamik verloren hat. Dann soll er uns doch den Gefallen tun und auch vielleicht das Sommertief hier oder Oktobertief nochmal letzten Jahres hier nach unten durchstoßen. Dann hätten wir wieder ein bisschen aufgeräumte Verhältnisse. Ihr erinnert euch, das was wir hier hatten, hier jetzt vielleicht etwas eigenartiger, so eine Seitwärtskorrektur sagt man dazu auch gerne, Flat Correction, Double Sideways, was auch immer. Aber zumindest mal ein Rücksetzer und wenn der in diese Zone reinkommt, also nicht nur die 15.000er, die finde ich gar nicht so wichtig, sondern eigentlich nochmal, wenn ich mir was wünschen darf, auch dieses Tief. Wieso wünscht er sich noch niedrigere Kurse? Nur damit sich das Bild wieder auflöst. Häufig gibt es gewisse Verhaltensmuster, die sich immer wieder anwenden lassen, immer wieder holen und wenn die eben sich auflösen, wollte ich gerade sagen, also die tatsächlich so in diese Richtung sich entwickeln, wie sie klassischerweise sind, dann sind viele Marktteilnehmer auf einmal wieder da, die sagen, ha, jetzt haben wir wieder einen neuen Start, eine gute Voraussetzung für den Dreh und die wäre eben beim DAX, Entschuldigung, den DAX gucken wir uns gleich noch an, hier durchaus gegeben, wenn wir die 14.830-Mache seien, hier das Oktobertief, vielleicht auch die 200er-Marke, 14.200 nochmal sehen, irgendwas da mittendrin. Bisschen tiefer, würde mich auch noch nicht schrecken, aber irgendwie sowas in dieser Größenordnung wäre eigentlich total klasse. Mehr kann es werden, das muss ich ausdrücklich sagen, hatte ich ja schon häufig angedeutet, also dieses Ding hier soll da der warnende Hinweis sein, aber das wird jetzt hier entschieden, also ab jetzt, wenn wir da sind, haben wir entweder die Chance, dann wirklich wieder richtig durchzustarten, wenn es dafür irgendwelche Anhaltspunkte gibt, die von den Marktteilnehmern so aufgefasst werden oder eben dann auch wirklich zu sagen, naja, kommt, das wird vorläufig nichts mehr, wir gehen massiv hier auf dem Weg nach unten. Das ist also die Bedingung beim DAX, jetzt gucken wir mal, was der amerikanische Markt macht und der Dow Jones ist ja sowieso relativ ähnlich unterwegs, auch hier dieses End-Szenario, was den Bullenmarkt angeht, also vorläufige Seitwärtskorrektur. Auch hier haben wir jetzt so langsam diesen grünen Bereich und vielleicht ist das ein ganz schönes Bild, es ist noch alles im grünen Bereich. Ja, also es ist wirklich so, wie es hier gezeichnet ist, mehr oder weniger. Noch ist es nicht gesagt, dass es dieses tiefe rote Szenario hier in blau gezeichnet geben muss, also dass es nochmal richtig runter geht. Es kann sein, es kann wirklich passieren. Wir dürfen nicht uns verschließen, nein, völlig unmöglich. Nein, das ist wirklich realistisch denkbar, dass es passiert. Aber das ist noch nicht gesetzt. Es ist noch nicht, oh Gott, was wir hier jetzt haben, ist der klare Beweis, dass das passiert. Hier jetzt, in diesem Unterstützungsbereich, und das kann locker nochmal tausend Punkte auch tiefer gehen bei Bruno Jones hier, also 32.000 würden mich jetzt da nicht wundern in dem Zusammenhang. Da, wenn der Kurs dort irgendwann auf, naja, fruchtbaren Boden fällt, dann ist es durchaus realistisch, dass viele Marktteilnehmer sagen, okay, jetzt sind wir schön runtergekommen, nochmal günstige Einstiegskurse, jetzt gehen wir nochmal rein. Also es ist noch nicht alles verloren, damit wahrzurechnen, wir haben ja ganz häufig drüber gesprochen, jetzt haben wir es ja fast schon erreicht, jetzt soll er es auch noch fertig machen, dann soll er es richtig schön machen, und dann uns idealerweise natürlich auf dem Weg nach oben dann durchstarten, zumindest mal aus bullischer Sicht. Ich bin da ziemlich neutral, mir ist das wurscht, im Moment haben unsere Long-Positionen natürlich nicht so toll ausgesehen, dafür unsere Shorts umso schöner. Also ihr seht, wir sind immer in mehrerer Richtungen aufgestellt, haben ja immer für alle Seiten was offen, und dementsprechend freuen wir uns dann halt, egal welche Seite läuft, hauptsache es läuft was, besser als seitwärts, das ist immer das Unangenehmste für uns Händler, wenn es dann eben gar nicht sich bewegt, weil häufig wird man dann doch blöd ausgestoppt und man hat dann nur kleine Gewinne, aber im Verhältnis dazu ähnlich große oder vielleicht sogar größere Verluste, das ist dann unsexy. In solchen Laufbewegungen hat man natürlich große Gewinne auf der Short-Seite und verhältnismäßig übersichtliche Verluste auf der Long-Seite. Na gut, also das mal so nebenher. Wir haben also beste Chancen, dass der Kurs jetzt hier auf eine sehr spannende Zone fällt, die dann wirklich dafür realistisch in eine Entscheidungsfindung führt, nämlich ob der Kurs tatsächlich das da unten nochmal ansteuert oder ob das jetzt nur diese Zwischenpause ist und anschließend nochmal nach oben geht. Für heute kann man eigentlich nicht viel anderes sagen, außer, naja, also jetzt Blindlings kaufen ist vielleicht ein bisschen arg mutig. Das muss man nicht. Wir haben immerhin eine Unterstützung hier aus dem September-Oktober-Tief hier so aus der Ecke. Das ist zumindest für ein bisschen Unterstützung gut. Wenn ihr aktive Händler seid, achtet mal ein bisschen drauf, ob wir heute im Laufe des Tages oder vielleicht auch erst morgen, aber in den nächsten vielen Stunden im Umfeld dieser Unterstützung mal sowas bekommen, eine starke Aufwärts- und eine etwas wackelige Abwärtsrichtung, das wäre dann eigentlich ein ganz gutes Zeichen für, da geht doch nochmal ein bisschen was. Das ist zwar kein Beweis, dass es dann um tausende von Punkten hochgeht, ja beim S&P sowieso nicht oder viele, viele hundert Punkte hochgeht, aber jede Verlängerung, also diese Eins-zu-eins-Projektion hier, bietet wieder mehr Boden für noch mehr. Man kann dann mit dem Trailing-Stop zum Beispiel Positionen laufen lassen und dann jedes Mal, wenn Rücksätze auf kleinen, auf größeren Ebenen sind, gegebenenfalls Positionen wieder aufbauen. Nasdaq ebenfalls im Bereich der Unterstützung allerdings schon unterschritten. Also da wird so manch einer jetzt erschrocken sein. Wir sind immerhin schon 16 Prozent unter den Hochs hier gewesen. Jetzt sind wir wieder leicht höher, aber auch noch nicht so richtig der Burner. Es gilt hier natürlich für die Intraday-Händler unter uns hier das Gleiche, nämlich auf so eine Situation warten. Was ich jetzt überhaupt nicht toll finde, umzukaufen ist, wenn der Markt irgendwie so nach oben kommt. Es gibt zwar Szenarien, bei denen auch das passiert, aber die Wahrscheinlichkeiten, dass wenn das nach unten getriggert wird, es nochmal Fortsetzungen gibt, sind einfach größer und würden zumindest nicht dazu reizen zu sagen, dann mach ich halt mal jetzt ganz windsschnittig eine Long-Position auf. Nee, also nicht bei so einem Szenario. Ob das allerdings kommt oder das, das ist im Bereich der Wahrsagerei. Das beherrsche ich leider gar nicht. Deshalb kann ich das nicht sagen. Ich muss also tatsächlich abwarten, bis ich entweder das und das bekomme, wenn dann das getriggert wird, um das zu handeln, oder im Fall, dass ich das hier bekomme, das abzuwarten, um dann gegebenenfalls nochmal Verlängerung nach unten oder vielleicht auch nochmal auf kleinerer Ebene, wie auch immer ihr da gestrickt seid, sowas in der Richtung. Das ist wohl das Martyrium als Händler, dass wir leider nicht in die Zukunft gucken können, aber immerhin eine Idee haben, was wir aus der unbekannten Welt machen können. So, also in diesem Sinne, das kann man zu den Märkten sagen, vielleicht noch abschließend der Mini-Russell, um den breiten Aktienmarkt auch anzugucken, zeigt ebenfalls erstmal, Schwäche ist jetzt da, wo wir ihn eigentlich gerne hätten. Das ist die 1 zu 1 Projektion hier, diese erste Bewegung, dann die Gegenkorrektur, dann nochmal die nächste Bewegung. Also insofern eigentlich alles richtig gemacht, der Markt hier. Wenn es denn der Schrift entsprechen soll, also der typischen Statistik, das ist nicht immer so, aber wenn es dann passt, es ist ja doppelt schön. Und damit hat der Russell vielleicht schon einen der ersten, ist einer der ersten Märkte, der da angekommen ist, wo ein Dreh nicht unrealistisch ist. Mal gucken, wie es hier ist. Die Regeln mit dem Steil nach oben wackeln, nach unten gilt hier natürlich auch. So, jetzt will ich euch nicht langweilen und vor allen Dingen nicht abhalten, davon selber auf den Markt zu gucken. Ich drücke euch dafür die Daumen. Wünsche euch natürlich alles Gute, egal in welche Richtung ihr unterwegs seid. Es möge die für euch Richtige sein. Das ist das Wichtigste. Deshalb euch erstmal alles Gute und liebe Grüße. Ja, ich drücke euch auch hier. Also, ich drücke euch auch hier.